war man gerade so ungefähr so sucht wir werden doch jetzt endlich mal aluminium kriegen immer noch nicht weil wir bei aluminium schrotzen äh, toffer Walder äh so, jetzt haben wir das so, die brauchen noch Strom dahinten äh der läuft dann auch wahrscheinlich voll hier speziale äh äh so, da hin ja, jetzt holen wir mal hier einen intelligenten Spitter hin wo ist das? da ne so so, dann sollst du dir erzählen wir mal was wie heißt ihr? Quarzsand, okay Quarzsand und da der Überschuss das braucht der noch einen Strom her äh und den gleich weiter ziehen den da 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 gibt mir mal Strom so, der hat Strom das ist mal irgendwo hier zuhause das ist mal irgendwo hier zuhause äh, das ist die Reihe da 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 den da hin kann keinen link reinschauen die links sind gesperrt weißt du doch es wieso gehen die links ist wieder ich glaube ich den chat wird noch ein bisschen bearbeiten da muss ich noch mal ganz schrauben ich bin jetzt von streamlabs auf stream elements gewechselt und mal gucken warum da jetzt wieder die hälfte nicht funktioniert das weiß ich nicht ich keine ahnung theoretisch dürfte nicht funktionieren ist es denn ja ich habe die fließbänder vergessen jetzt muss ich aber hier an auch leute die muss ja noch fertig mal das funktioniert hier gleich wieder gar nichts kein strom mit jetzt wir haben keinen strom mehr kein strom was hier das gibt es hier gleich auch nicht wir haben doch strom bestimmt jetzt hier nicht sind zwei wie kein strom kein strom so kann sein dass ich hier vergessen habe hier oder ja habe ich vergessen so jetzt hat er strom jetzt haben wir zu viel wasser muss ich dir noch einknipsen hier was kommt hier raus mit dem wasserverbrauch das ist das okay so wir müssen wasserverbrauch wissen wir ob man da wasserkennester aber die in schredder schmeißen kann wir sind jetzt da wir sind auf der selben höhe genau gibt mir mal den da wo ist der da okay dann probieren wir das halt bis das da so halbwegs passt so dann kommt hier eins hin hier eins hin jetzt müssen wir das hier irgendwie das wasser hier verbrauchen nur mal schnell aluminium herstellen mit dem stück hier ich ran schade Dreimal, 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 öh, dreimal, und viermal, des, 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 und des. Mhm, da brauchen wir einen Fuzi, oder wo? Äh, kommt auch dahin. Ja. Mhm. Mhm. Die ist zweimal Kipper, dann brauchen wir auch noch Strom. So, wo haben wir jetzt, äh, wo ist denn das Zeug jetzt hin? Hier hin. Ja, hab ich natürlich jetzt den Weg zugebaut. Das ist die Frage, hauen wir das gleich hinten Müll? Dann machen wir das hier gleich einen Schredder. Hier natürlich. Das bauen wir später nochmal um, hätte ich gesagt. Das machen wir jetzt nochmal so, dass es funktioniert. Ein Funktionator. Ja. Was machst du? Was tut ihr? Was tut ihr? Ja. So. Das brauchen wir hier eigentlich bloß noch als Strömling. das heißt, wir müssen die noch auseinanderklappen. Nee, falsch. Ganz oben. So. Ähm. 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 Was ist denn da eigentlich die Mitte? So. Ne. Da hat man die Mitte gesagt. Das brauchen wir Strömlinge. Ich bin eh mal gespannt, ob wann es dann ja mehr wieder der Strom ausgeht. Kann ja eigentlich nicht mehr so lange dauern. Ski. Ski. Was ist denn da ne. Bis zumal. Bis zumal. Ski. Glaubst du mich? So. Ski. 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 so und jetzt hoffe ich mal kein Wasser wieso habt ihr achso weil ihr eingeschlossen seid hab ich schon hingemacht? ne aber ich wüsst nicht wo wir sonst das Wasser noch hinleiten sollten sehr schön dass hier alles voll ist so jetzt haben wir das zurück ey es geht da rüber und wird dann gegebenenfalls vernichtet sehr schön jetzt müssten wir doch eigentlich so langsamer da hinkommen dass wir Aluminiumplatten machen können denke ich mir genau hätte man da hier natürlich zur Not noch ein zweites Gebäude hinbauen eigentlich sollte das da in diese nein im Bahnhof rein aber ich glaub dass ich weiß nicht warum ich die Bahnhof hier hinten gebaut hab nicht da hinten ich hätte mir eigentlich auch vorne hinzimmern können naja ist egal so und jetzt möchte ich mal wissen wie kommen wir jetzt auf äh Aluminium wie das sind die anderen Platten aha genau da haben wir nämlich noch ein zweites Rezept ist zwar ein bisschen langsamer aber es sollte funktionieren das machen wir aber gleich weil ich glaub der Kaffee hat grad ein Problem er will wieder raus okay dann erstmal Kaffee wegbringen Pause PO dann und 《ノres wurde versOur ơn und die inc sagen bis 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 Untertitelung. BR 2018 So, das heißt, wir können jetzt, wir bauen mal hier schnell ein paar Dinger auf. Boah, Schmelzofen. Einfach mal so schnell auf die Schnelle. Ja, das baue ich dann eh wieder um. Aber jetzt erstmal, dass wir Aluminium kriegen. Dass wir so ein Tagesziel nicht mehr erreichen. Da, 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 halt. Fussionale, Splitter. Okay. Genau. Aluminium-Platten. Jawoll. Oh, das sei mir knibbert. Ah, mit. Rein. Und dann. Sollten wir eigentlich mal. Ja. So, den da dran. Äh, wir haben noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stück. Da, da machen wir mal zwei, da vorne hin. Im K2. Eins. Zwei. Da ein Fussionado. Fussionado ist da. Eins. Zwei. Drei. Vier. Noch einer. Fünf. Eine kleine Kiste. Ja. Kiste angeknippert. Ja. Da hin. Da hin. Nein. Da hin. Da hin. Du kommst noch dran. Und. Wo sollst du da hin? Dann kippst du immer dich hier an. Dann holen wir uns da oben den Strom erstmal her. Da. Eins. Zwei. Drei. Den da. Den. Und. Den da. Wir stellen Aluminiumplatten her. 30 pro Minute. Na, das hat doch was. Wie war der? 60. 60. 360. Das müsste eigentlich funktionieren. Das müsste eigentlich funktionieren. Was brauche ich jetzt aber für Produktion? Ausrüstung. Was brauche ich jetzt? Ach, den kann ich noch gar nicht. Loll. Oder mal Speziale. Ein Hub hingestellt. Mein Stein wählen. Das würde ich auch schon lange machen. Nein. Hier müssen wir, glaube ich, rein. Schweberrucksack. Oh, nee. Oh, und das andere Zeug. Ich jetzt? Ich habe keinen Kupfer hier hinten. Hm. Brauchen wir dafür. Das ist ja wieder. Wie viel Kupfer brauchen wir da? Tiefen Meilenstein auswählen. Schweberrucksack. 200. So, und für dieses komische Aluminium haben wir drei. Also heißt, wir brauchen kommen drei raus. Da haben wir 200. Wie sollte man das schon haben? Ich weiß bloß nicht, ob ich die in der Hand craften kann. Kann ich die Dinger in der Hand basteln? Äh, gibt mir eine Werkbank. Eine Werkbank. Natürlich nicht. Okay. Müssen wir in der BES schnell mal eine Produktion aufbauen. Müssen wir sowieso rüber, weil wir haben keine Mutronen mehr. Ich habe keinen Kaffee. Oh, die Dinger haben wir eh nicht mehr. So, up in die BES. So, up in die BES. Okay. das geld jetzt überhaupt noch aufnimmt ich glaub ich zeig mir den körper jetzt zeig dir was gescheites an was ist denn so guck mal wir haben ja da schon so nehmt das raus machen neues fließband hin geben ihm ein rezept schmeißen dem dann da schon mal alles in aluminium was ich jetzt hoffentlich nicht vergessen haben ein bisschen kupfer weil ich gar nicht weiß ob mich hier kupfer bauen ich glaube nämlich nicht im eisenbahn wir haben keine kupfer bauen die holen wir uns die holen wir uns schnell wo soll ich hin so zack jetzt könnte ja was los er soll reichen denke ich glaube ich gehe ich mal von aus stopfen wir die schnell da drüben rein und dann sollte das eigentlich funktionieren da rein und zack und hier klatschen wir alles rein was machen 75 pro minute und dann ist das ok dann können wir da mal so jetzt bauen wir motoren die können wir noch holen in der zeit und dann gucken wir gleich mal ob wir da das jetpack gleich noch bauen können das hätte was so äh motoren wo sind da sonst zack jetzt war ein bisschen viel so wie wollte ich jetzt nicht haben ich soll das mal rein denke ich motoren haben wir dabei die dinger haben wir dabei so ist die eigentlich fertig sein jetzt hier speicher fließt sehr schön sind noch nicht fertig ich bitte darum schneller zu bauen 75 die minute ach leute schon mal zurück einschmeißen jetzt zwei das das die fehlen jetzt noch ach leute ach leute wir können uns einen schweberrucksack bauen so jetzt möchte ich mal wissen weil eigentlich will ich mir das denn gleich bauen was braucht ihr schweberrucksack schweberrucksack na aua das kriegen wir dahin die müssten doch schon wieder durch sein hier aber ist sehr geil so ich 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 mal draufhauen na gut so wir haben es geschafft sehr geil sehr geil da können wir doch schon ein bisschen mehr mit anfangen da ja irgendwo hier drinnen geht auch eine stromleitung lang so das ist doch können wir doch angenehm arbeiten mit diesen worten werden wir dann für heute oder da haben wir den den brauche ich werden wir heute dahin gehen bedanke mich auf alle fälle fürs zuschauen an ich ich Vielen Dank.